Hallo. Da sind wir wieder. Hi! So wieder. Und wir haben eine Quest von Jack, hast du eben gesagt? Ja, die habe ich da auf dem Board gerade gesehen. Die zweite ist das. Zweite ist das. Kriegt man ein Skin? Wow. War das dritte. Du willst nicht? Das ist okay. Hey, rufst du die Hyperion Selbstmordpräventions-Hotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Okay, gut. Leute, ich meinte eigentlich die andere Quest, aber... Was? Ja, wieso? Hast du alle drei angenommen, oder wie? Jaja. Ah, okay. Uns wurde nur das letzte vorgelesene Still. So, okay. Ja, wieso? Um uns umbringen. Ist doch die Quest, oder nicht? Jep. Da hinten sollen wir das machen. Fallen wir mal kurz da hinten, bringen uns um. Liebt gern doch. Ohne Raketenwerfer. Äh, 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 äh. War ich halt alleine? Hm, warst du halt alleine? Richtig, oh Gott. Kommt der mit nicht klar. Ah, okay. Ja, dann hilft mir nicht. Danke. Das ist doch nicht der richtige Weg. Wir haben keinen Weg, oder? Vielleicht kannst du einfach machen, wo du gehst. Nein, nein. Dahinten ist doch ein... Ja, ja. Ich seh, es ist nur ganz klein gewesen. Wahrscheinlich muss man da drüber hüpfen. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder willst du uns nicht? Ich will aber. Ich will auch. Dann bringen wir uns halt um. Dann bringen wir uns halt um. Nein, da kann man nicht rüber. Hä? Nein. Ich verstehe es auch nicht. Ne, Moment. Wie kommt man zu dem Cliff da hinten? Geht nichts dabei, oder? Ja. Vielleicht einmal ganz außenrum. Sieht ganz so aus. Ja, aber da ist überall noch diese Wand. Überall noch diese, diese Anhöhe. Ja, aber das ist doch diese große Brücke. Ja, wo? Direkt vor uns? Nein. Ach na, die ganz, auf der anderen Seite der Straße. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Die intakte Brücke. Ah, ja. Die Straße rückwärts lang. Bessere Brücke. Ja, wahrscheinlich. Doch, gehen. Du darfst bestimmt gar nicht bewacht sein. Ja, und ich hab noch Feuerkraft. Und Autos, die driften, obwohl wir nicht driften sollen. What the fuck? Ich hab vor allem in Irrnach-Rückgang. Ja, mich wollt's ja nicht haben. Bist ja schon weggefahren. Wie hätt ich dich denn haben können, wenn du eh schon... Ich bin erst hier ins Auto eingestiegen, als ich schon weg war, ne? Wir müssen hier aussteigen für. Ich bin eingefädelt. Null. Moment. Lab. Richtig, stimmt. Wir sind da hinten lang. Gut. Follow me! Wie die Lämminger. Nö. Wie die Marauders hier links in Milatrice. Einfach noch vorbeilaufen. Stimmlich. Die mich nicht angreifen. Deren Problem. Oh, schau mal. Da steht, wir sollen uns verpissen. Ich auf. Bin ich für. Ich werde reich sein! Aber sie lieb. Ja. Schön. Crisis Counseling. Achso, wenn man hier drauf drückt, machen wir's nicht. Dann machen wir's nicht, ja. Nicht drauf drücken, Konstantin. Auf keinen Fall. Was ist denn? Da haben wir's für dich. Ach komm. Komm, das ist doch locker nicht ernst, oder? Nein, wenn du don't do it klickst... Also, ich werde hier runter. Gib dir die Mission... Gibt dir die Mission... Au, 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 oder was? Eine Klasse, wir filmen. Eine Siren, ne? Au, Moment. Einfach mitnehmen. Okay, das geht uns wahrscheinlich wirklich, oder? Es gibt's nicht, hohoho. Du hast dich auch tatsächlich umgebracht. Geh zum schwarzen Brett, dann kriegst du dein Geld. Aber warte Sekunde noch. Egal, was passiert. Ich will nur, dass dir eins klar heißt. Du bist käuflich. Du hast dich umgebracht, weil ich dich dafür bezahlt habe. Du bist eine Hure. Okay. Wollt ihr noch für den Kopf drücken? Nee, könnt ihr ja nicht mehr, weil ich gesprungen bin wahrscheinlich. Ja, das kann man nicht mehr drücken. Musst es sein. Rücken Sie mir vor Bord. Außerdem kommen wir jetzt bei seine Oma. Okay, hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Ah, das ist ne Falle! Hör gar nicht hin! Aber es geht um meine Oma. Ich hab hier draußen in Iridium Blyde ein Häuschen gebaut. Und du müsstest mal nach ihr sehen. Bitte schauen mal, ob alles in Ordnung ist. Nicht mir zuliebe, ihr zuliebe. Tu es ihr zuliebe. Bitte. Da ist ein Plenachtrap. Ist hundertprozentig tot. Ach ja. Falls es wirklich um die Oma geht, ist sie hundertprozentig tot. Wie alt ist Jack eigentlich? Der dürfte um die... 40 sein? 35 vielleicht? Wenn die Karre kaputt macht, kann jemand damit nicht mehr fahren. Ich weiß. Oh, den muss mal C drücken. Bin eh falsch angestiegen. Eben. Erstmal fahr ich zum Infobrett zurück und hol mir mein Geld ab. Weil ich hab gerade genug Geld verloren, dadurch dass ich respawned bin. Du kriegst doch kein Geld, du kriegst nur Euridium. Nee. Doch. Egal. Reicht mir. Ist um so viel mehr wert. Vor allem, du bist die Buche. Und ich wir. Weil das Eis umgebracht. Mhm. Eine Hündin. Buche. Ja. Ach, und Menschen sind auch so Bitch. Okay? Ja. Gut. Zwölf, Alter, krass. Eben. Spiiiiiii... Drei. Zwölf. Iridium sind jetzt 10.000 Geld wert. Ja. Wichtig damit zu überleben ist nämlich kostspielig. Ich bin einfach so viel wert für die Menschheit. Ja, deswegen hätte ich euch nicht angeboten, dass wir Kons umbringen. Jaja, aber ihr habt einfach so unglaublich lange gezögert. Da bin ich einfach gesprungen. Na warte. Ist doch wahr. Schieß nicht mich an. Ich kann damit, ich kann da nix für. So. So, jetzt gehen wir Blümchen pflücken. So. Äh. Ja, gegen Berg fahren ist auch ne Lösung. Ne, ich hab auf die Map geguckt. Gegen Pfosten fahren auch. Oh Leute ey. Der ist ein Autofahrer aller Zeiten. Besser als du. Und Simon, der Penner hat sogar nen Führerschein und fährt trotzdem scheiße. Ja, und? Wo fährst du lang, Simon? Ich weiß es nicht, ich folge einfach der Straße. Also. War das Ding irgendwie? Oh, Rack. Rackfiecher. Ja, ich muss Blümchen pflücken. Kann grad nicht. Wie pflückst du aus dem Auto aus? Nö, ich fahr mit dem Auto den Berg rauf, um zu hoffen, dass ich nicht aussteigen muss. Entschuldigermaßen, ich fahre Auto, nicht Offroad. Was der Unterschied ist? Meinst du? Eigentlich weiß ich auch. Okay. Ich bin Blümchen gefunden. Steigt aus. Ist cool. Gut, hey, ich geht. Noll. Keine Falle. Bis jetzt. Wir müssen nur diesem komischen Strommast folgen. Bestimmt alles in Ordnung damit. Ich warte mal kurz auf Simon noch. Der sich verfahren hat, glaube ich. Ne, hier im Berg hoch. Ja, das ist einfach nur Brücken folgen. Das ist... Brücke, Brücke, Brücke. Einfach zweimal im Kreis. Und nicht unsere Karre eintauschen gegen die Kühlere. Nein. Schade. Die ist schneller. Ja. Die Simons Karre eintauschen gegen die Kühlere. Nein. Die ist trotzdem schneller. Nein. Wir müssen eh aussteigen. Äh. Okay. Blümchen. Konz, renn nicht so weit vor. Willst du ihn nochmal hier runterspringen? So. Ein bisschen. Viel Spaß. Ich hab dich gefragt, ob du nochmal hier runterspringen kannst. Warum? Ich bin die teuerste. Ich weiß nicht. Weil du vor allem bei Spaß daran hast, dich selber umzubringen. Teuerste. Blümchen. Omas Haus. Ja. Statt Oma. Wahrscheinlich nichts. Du heilige Scheiße. Du hast die Banditen umgelegt. Okay, okay. Hoffentlich ist alles okay. Nach Oma. Ja. Nicht hier. Die Garage anscheinend. Aha. Ah, hier hinten. Äh, Moment. Ich möchte auch was sehen. Oh wow. Jetzt kommst du erst mal live bei, Oma. Ja. Oh wow. Jetzt kommst du erst mal live bei, Oma. Ja. Du solltest diese Banditen umlegen, bevor sie die alte Gran Gran umbringen können. Und weißt du was? Ich muss sie jetzt nicht mal mehr bezahlen. Also, vielen Dank, du Pfeife. Moment. Was? Aber wir sollten da loswerden. Kann ich, weil sie ihm auf der Tasche lag. Für die Hilfe, Mann. Ich leg dich trotzdem um. Ne, die Leute lagen ihm auf der Tasche. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja. Wir sollten die Killer killen, die seine Oma erkillt haben. Damit er den Kill nicht bezahlen muss. Ja. Aber es ist im Regen jetzt wieder Aridium-Gift. Ja. Passiert schon mal. Kein Weltuntergang. Ne, aber das ist schlecht für die Zähne. Ja. Klappe zu. Geht schlecht, wenn du rennst und sprintest und außer Atem bist. Ich nehm dieses Auto. WTF. Und ihr euch eigentlich auch so schnell selber? Ey Leute! Wartet! Was ist jetzt? Das ist gut, ja. Ach, da kann man nicht wieder hochfahren, denselben Weg? Doch, das geht. Oh Gott. Kann nicht. Arme von oben. Wack. Hallo, da sind sie ja wieder. Na dann. Pfff. Geht das nicht genau. Ich krieg das hin. Ja. Ich fahr nochmal. Lass mich, ich mach das. Du kannst gerne aussteigen, wie du willst. Boah, wie ich immer genau an der Stelle hängen bleibe. Ich könnte es schaffen. Fuck it. Laufen wir. Ich bin's gut. Unter darf man mit der Karre rauf nicht, ne? Andersrum. Nicht andersrum. Nicht andersrum. Klar, rauf. Geht. Unter mich. Äh, die ging bergab, die Brücke? Ja, aber ich rede hier generell. Wir sind ja auf dem Berglauf gewesen. Generell ist aber nicht das, was ich meinte. Und die Mehrheit von uns hat entschieden, dass ich mit meiner Aussage näher an der allgemeinen Wahrheit lag. Das heißt, du lagst falsch. Ruhe. Super. Ich bin voll zur Diskussion. Äh, Generalität und Kausalität sind ja auch was anderes, ne? Vom Konsensmangel ist abgesehen. Die fallen einfach weg, ne? Ach ne, da ist ne Station. Auf geht's auf. Hab' ich ja die Locked up. Halt! Auß! 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 Ich fühle mich noch supermässiger. Auf geht's, jawohl. Auf geht's, cap. Ah? Oh. 20% ohne Fälle frohe, ja! Das ist mir die größte Lächende hier! Kein Applaus, bitte! Hä, Kundenservice, okay. Hä? Keine Ahnung, Kundenservice ist das best. Wo? Äh... Da. Ach so. Die hattest du auch ausgewählt. Und da hab ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Checks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich! Ach ja, wir müssen uns... Wir haben jetzt auch ein Zeitlimit. Zeitlimit, ja. Zwei Handvoll Haas! Go, let's go, let's go. Ja, nehmen die langsameren Kahn. Gute Idee. Ja, die Kahn eben auch lenken kann, ne? Ja. An... Anversicht wär's glaub ich... Ja, wär besser gewesen, wenn wir zwei Kahn genommen hätten, aber egal. Was? Bist schon an den ersten vorbei gefahren. Find ich. Ja. Ja. Oh, die Rackteile. Ja. Und jetzt krack noch mal auf meinen Outrunner! Ja, und kommen wir da oben hin? Ich weiß nicht, ob das oben war. Ich hab nur gesehen, dass wir an den Punktverwalt sind. Ach, hier hat man die ganzen Teile auf, ne? Ignorieren die Quest einfach. Würde ich auch sagen. Kommst du? Müssen die... Ich hab nur die... Ich hab die... Ich hab die Rackcard schon eingepackt. Ja, okay. Jetzt müssen wir das Gag-Teil sammeln. Bester Fahrer immer. Boah. Äh... Huch! Simon! Hammer! Wo kam der Lager schon wieder? Die 10.000 krieg ich wieder. Von dir. Ja, 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 ja. Oh man, Leute. Genial. Und sofort. Ja, 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 ja. Oh man, Leute. Genial. Frieden? Ja? So, also wo muss ich jetzt überhaupt hin? War schon danger, keep out. Ich muss hinlaufen. Ich müsste eher Geld verlangen. Ich hab so wenig. Ah, stimmt ja. Geld. Noch nichts erwartet. Du hast zu lange gebraucht. Das Geld seh ich nie wieder. Ach ja. Arme Markus. Wie hätt's erwartet. Dann fährt halt jetzt wer anderes. Soll mir auch recht sein. Ich glaub, das soll uns allen recht sein. Bobby fährt. Der Spruch war auch neu. Ja. Hab's ihr denn gehört? Ich kann aus mit Gummi, aber mit Gummi meine ich nicht Kondoma. Ah. Ah! 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 Gern einfahren. Bewegst das denn wenigstens nur ich selbst da um. Ich kann euch nur von meiner Brücke rammen, ist euch klar, ne? Der Kacke kriegt ja nicht mehr zurück. Ich hab sowieso kein Geld zurückgekriegt. Also Simon, das find ich aber jetzt eine Anmaßung hier. Nichts mehr. Wie oft wirst du eigentlich noch da durchfahren? Jedes Mal. Ich hab darauf geschossen, dass er dann vorbeigefremst. Au. Was bleibt denn hier mitten auf der Straße stehen? Mein Gott. Ich musste einen Scan annehmen, das war wichtig. Wir müssen ihn jetzt noch freischalten sofort. Ach ja. Werk-Ninja, ach so, ja. Irgendwas Leder. Irgendwas Ledernes, ja. Werk-Ninja hört sich gut an. Joa, Joy Divide! Ich muss mal Sachen verkaufen, wenn ich schon hier bin. Was hast denn du für Sachen zu verkaufen? Sachen ich aufgehoben hab heute. Wo hast denn du Sachen aufgehoben? In der Zeit, als du nichts getan hast. Wow. Du hast so lange nichts getan? Du tust ständig nichts. Du tust ständig nichts. Du tust ständig nichts. Auf dem Platz klebt irgendwas. Wo bist du das? Auf dem... Fahrer sitzt da. Wollen wir tauschen? Das war gut. Zurück C. Zurück C. Nein, der steckt aus. A. Ja, ich mein, wie willst du von hinten auf den Fahrersitz kommen? Das ist ja was schwierig. Sagen wir so. Ich als Sirene hüpfe ständig von hinten links nach rechts. Ja, ja. Ihr habt gesehen, wie ich aus Karren aussteige, also... Genial. Ja. Map. Wir sollen für die Skag-Teile wohin? Nach unten rechts. Pff, das ist aber ganz weit weg. Okay. Dem Weg folgen und dann nach da. Ja. Ob wir dann einfach da hinten runterkommen, ja. Das andere rechts. Äh. Da geht's aber nicht weiter. Ja, da hinten ist aber... Da hinten ging's runter. Da hinten ist ein Ort, wo du bisher nicht hinschießt die ganze Zeit. Hier links runter. Da ist zu. Da zu? Okay, sehe ich von hier oben nicht. Gut. Das ist nämlich... Da unten durch. Rechts. Das ist nämlich dieses Erklexitätskabel, was da langführt. Das kann man da hinten bestimmt ausmachen. Das sieht gut aus. Das sieht auch nicht ganz richtig aus. Doch wir können einfach unten lang fahren, oder? Nichts geht übers Austesten. Ich kann mich halt hier nicht umschauen, das ist was Blöde, weil dann fahre ich sofort zur Seite. Seht aber gut aus. Eindringlinge registriert. Sperre Zugang zur Infostockade. Alles hochjagen, das ist mein Plan. Auf nach Sawtooth Corrin! Ne. Guter Plan. Da war auch grad so ne Sache, wir sollen fünf von diesen Teilen zerstören. Weil ich eins zerstört habe. Das war ich. Nein. War's nicht gut. Meine Jungs können den Zugang zur Stockade freisprengen, aber dazu brauchen sie mehr Feuerkraft. Du musst ein paar Sprengladungen für sie klauen. Von wo? Da oben. Ah, hier. Nach Sawtooth Corrin, nach oben. Genau. Boah, wie dumm ist das denn? Oh, wir können auch die Schnellreifstationen nehmen, glaube ich. Geht schneller. Ich kann aber gleichzeitig ein bisschen Autarkunden hier dadurch. Ne, verlassen sie sofort auf Dove Corrin. Okay, ist direkt nebenan. Oh, hier ist zu. Moment, das ist die Rückseite von dem Teil, was ich meinte. Da kann man hier aber nichts ausschalten. Schade. Ja, nicht offensichtlich zumindest. Doch, doch, ich seh da oben was. Moment. Lass mich machen. So, unten ist offen. Okay. Da fahr ich jetzt nochmal außen rum und dann schauen wir mal da unten rein, was es da gibt. Was? 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 Ah, sorry. Hab' nicht beabsichtigt. Auch wenn ich den Weg zurück nicht mehr genau weiß, wahrscheinlich die Straße wieder folgen. Ah, wir sind da irgendwo runtergerüpft, ne? Äh. Ja. Ähm. Da oben reicht's, glaube ich. Also, wo oben rechts? Da, wo du gerade hinschaust? Ja. Okay. Hier rechts, oder? Nein, da rechts. Ist aber links. War eben rechts. Warum? Hm, nein nicht. Ja? Knäpp. Also, hier geht's zurück, aber es ist nicht der Weg, den wir genommen haben. Da geht's aber zu einem anderen zurück, als ich meinte. Ach, wir können, wir können einfach ganz außen rum in die andere Richtung fahren. Dö. Komm mal auf. Ja. Wehe, jemand erwartet unverletztliches Gameplay. Hät ihr das, du verletztes Kuchen! Niemals erwartet Gameplay. Niemand erwartet irgendwas. Man schaut diesen Scheiß. Warum auch? Mann, da müsste der Alphabet ja nicht hinholfen. Dö. So. Kann man's aber, wa? Wirklich? Hier hoch wieder. Auf jeden Fall. Ehe. Ja. Aushaben. Lustig, wie diese Tonne mir immer in der Fresse hängt. Lustig, wie Simon allen auf den Sack geht damit. Wieso? Weil er's tut. Gut. Ich schiesse nur nur die Monse ab. Ist nur bald genug, wenn ich das mal zu hören könnte oder nicht. Ja, da müssen wir. Da ist jetzt offen. Irgendwas von mehr drin außer der Toads. Bested Grotto. Klingt schon mal sehr gut. Wir haben's uns freigeschaltet, also können wir doch mal reingucken. So, können wir wohl. Mit'n Boss drin. Ach, schön. Oder erstmal normale Bedrock-Polima uns. Was? Ich hab'n eigentlich eher mit der Fallbesurschen. Bedrock? Hast du die Manker gespielt? Was? Bedrock ist einfach nur Grundgestein, hallo? Das war wirklich. Ja. Scheiße. Ach, Jungs. Da. Da hast'n Eridium fallen. Ja. Verhält was? Wow. Oh. Ach, nein. Hier ist wieder so'ne Spezialkiste. Oh ja. Und ein Badass Bedrock-Polima. Jo, Absolut. Bye Der Bedrock ist down Ich kann dir gerade im Moment nicht helfen, weil meine Dinger nicht bereit ist Ja ja, wenn ich ihn kriege, oder auch nicht Ist kein Problem Behärt mir so viele Waffen dabei Ja, Konz hat dir nicht in Caliber lassen Hast du ja schon irgendwo drauf gehalten Ja, weil du scheiße bist Witz dafür Erstmal die Moni hier rausnehmen, sonst stört ihr nicht mehr Wow, was ist das für ein Schild? Das ist quasi mein Schild In anderes Mag ich meins lieber, auch wenn das hier stärker ist Von Ein normaler Sniper, ohne welche Extrasachen So ein bester Ausstellt, Simon? Äh, ich guck gerade, das Spiel kann ich hier nicht auswählen Ey Es hat mehr Kapazität als meins, aber ansonsten alles schlechter Dann Hups Komische Sniper wollte ich gar nicht haben Ja Ja, endlich mal ein besseres Schild, komm Schlimme ist, diese Sachen, die so von Elektro-Sachen abgezäunt sind, haben immer diese Spezialkisten, wo aber für uns gar nichts geiles mehr drin ist eigentlich Weil wir ständig Liga-Waffen haben Aber ich will nicht trotzdem immer alle finden Jetzt hab ich 39.000 Leben 39.000? Sicher? 3900, nein, ich hab zu dich Bis ich verguckt Deswegen sind die Zimalstellen richtig Was? Deswegen sind die Zimalstellen richtig Naja Komm, Tele-Pause, okay, anweilig Guck Limon So, next Also doch da Ist das die Hauptmission? Ist das die Hauptmission? Ja Ich bin total im Trouble, okay Und jetzt hier links über die Brücke, okay Blut, Schweiß und jede Menge Ärger Hatten wir das jetzt nicht schon die ganze Zeit? Ja Irgendwie War falsch, oder? Ne, gar nicht Ne, ist richtig Sieht gut aus Reden Einschränkungen Chart Papier Vielen Dank.